Grüß euch Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Weihnachten ist zurecht, bald beginnt der Alltag. Für viele von uns hat er schon begonnen und das ist auch wichtig so. Doch jetzt ist es einmal an der Zeit, dass auch der Stressweger geht. Und obwohl der Haushalt immer wieder zu machen ist, kann man jetzt schon sagen, ich freue mich auf das neue Jahr, denn da wird einiges anders. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Heute in einer Woche ist der Erste Erste. Und jetzt habe ich auch noch ein Appell an alle, die daran denken, an Silvester zu schießen. Bitte vergesst es. Denkt an die Tiere, denkt an die Haustiere, denkt an die Katzen und an alle anderen Tiere, denen ihr damit einen Todesschreck verpasst. Würde eine Katze sprechen können, dann würde sie sagen, hey du Zweibeiner, bitte schier's nicht, weil ich stirb sonst. Und das mit Recht. Ich bin ein großer Feind von dem Geschirrsee an Silvester. Und ich weiß, der Bauernspruch, liegt ne Ente flach am Teller, war der Traktor sicher schneller. Ist ein guter Witz, aber jetzt zu mir ernst Leute. Das Geschirrste muss nicht sein. Der Lärm muss nicht sein. Und ich hoffe, dass es an Silvester regnet. Ich wünsche mir Blitz und Donner, so dass keine Feuerwerke zum sehen sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, denn auch die man sich das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.